So Leute, ich bin es der Markus vom Kanal GameCop und heute spiele ich wieder eine Runde Modern Combat 5. Ich habe mir was überlegt, dass ich mal wieder mit den Modern Combat 5 Challenges starte und zwar... Ja, spiele ich heute mit der Compact ohne irgendwelche Aufsätze und versuche den ersten, zweiten oder dritten Platz zu erreichen. Ist jetzt vielleicht gar nicht so schwer, denkt man, aber ich weiß selber nicht, ob das jetzt irgendwie schwer wird oder nicht. Aber ich wollte die Messlatte erstmal nicht zu hoch setzen, da ich ja auch erstmal wieder in MC5 reinkommen muss. Also ja, ich starte wieder mit den Modern Combat 5 Challenges, das heißt, ihr könnt mir gerne Challenges in die Kommentare schreiben. Also falls euch da was einfällt, gerne in die Kommentare damit. Okay, er hat mit der Sniper da rumgeballert, neue Sounds für die Sniper, kann es sein. Hört sich auf jeden Fall nice an. Ja, das heißt, ihr könnt mir neue Challenges in die Kommentare schreiben, wenn ihr darauf Lust habt. Jetzt ist noch einer beigetreten ins Gegner-Team, das ist ganz gut. Und, äh, ja, da snipet einer. Bitte töte mich nicht, danke. Okay, Drohne, nice. Ähm, die Drohne zeigt einem doch, wo der nächste... Lol, wenn ich den nächsten Gegner... äh, wenn ich die Drohne finden würde, Alter. Boah, Alter, das war gerade echt knapp. So, packe ich den irgendwo hier hin. Oh, stirb. Nice, der Bomber ist ready. Hä? Habe ich den Anzug? Okay, ich habe anscheinend den Anzug an, dass meine Sachen schneller kommen. Nein, ist jetzt auch egal. Also, äh, vielleicht schaffe ich sogar den ersten Platz, mal schauen. Da ist doch irgendein Gegner, jawohl. So, dich will ich haben, nice. Und dich will ich auch haben. Alter, läuft doch ganz gut mit der Compact, ohne irgendwelche Aufsätze, Alter. Habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet, dass es so gut läuft. Alter, wie schnell spawnen die denn wieder, Alter. Die spawnen alle hier drin. Nice. Lol, wie steht es denn gerade? 10 zu 0, okay. Okay, momentan bin ich definitiv der erste Platz. Ähm, ja, also ihr dürft mir auch gerne anspruchsvollere Challenges in die Kommentare schreiben, aber dann kann es sein, dass ich vermehrt die Challenges nicht schaffe. Aber das ist ja auch eigentlich kein Problem, wenn ich es wenigstens versuche. Okay, er hat so den Shotguns umgegriffen und das hat anscheinend... Ja, wow, okay. Ich glaube, den habe ich etwas verärgert. Der greift jetzt sogar noch zu Raketenwerfern, Alter. Ja, komm doch, komm her. Jetzt hinter mir einer, Alter. Ja, den Turnhorn habe ich leider nicht geschafft. Das hätte ich früher vielleicht mal geschafft. Aber heute kann ich es nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so gut. Und der ist ja auch kein Vollidiot und trifft ja auch mit seiner KS-200. Alter, was macht der? Versucht sich hier hinzuknien, um mich zu verwirren, oder was? Komm, immer schon auf den Kopf. Schade. Ich habe eigentlich auf den Kopf gezielt, aber es war kein Kopf. Nice, ich bin aufgestiegen. Dich töte ich, Alter. Du hast mich vorhin getötet, jetzt töte ich dich auch. Airstrike. Good to go. Sehe ich da irgendwo Gegner? Ich pack ihn einfach hier, obwohl da eigentlich keine Gegner sind. Ist jetzt auch egal. Es sind anscheinend alle hier drin. Er stirbt doch, verdammt. Bomber ready. Bomber deployed. Alter, es läuft gerade. Es läuft gerade. Nein, neben mir steht da mit der Shotgun, Alter. Aber er ist zu blöd. Oh, nein. Nice. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Teammate. Okay, der Bomber macht auch kein Ding. Ah doch, jetzt hat er einen Kill gemacht. So, da den Headshot. Und dich auch noch töten. Komm. Nein. Oh, doch, Alter. Das ist knapp. Man hat halt auch, ja, relativ wenig Munition halt mit der Compact, ohne irgendwelche Aufsitze. Lol, Alter. Mein Display ist gerade irgendwie nach rechts verschwommen. Komm, der Kopf. Nachladen. Alter, wie viele Leute hier auf einmal sind, Mann. Und jetzt schmeißt er eine Nate. Und der hat mich mit der Pistole geholt. Alter. Da waren einfach so viele Leute. Das ist ja nicht mehr normal, was für ein Andrang, das hier gerade eben war, Alter. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie auch die Performance verbessert von dem Spiel. Kommt mir irgendwie so vor. Es laggt gar nicht mehr. Es gab ja früher ab und an mal Lags. Auch auf dem R2. Beihilfe. 96% Beihilfe, Alter. Was klausen wir den Kill? So, Drone ready. Activating Drone. Wo ist der nächste Gegner? Die spawnen hier doch alle wie die Fliegen, Mann. Weg mit deiner Shotgun, Alter. Weg mit deiner Shotgun. Airstrike. Ja. Schluck den, Alter. Bomber good to go. Bomber on the way. Oh nein. Shit. Verdammt. Vielleicht wird er noch von Bomber getroffen. Ich weiß es nicht. Aber die sind alle drin. Mist, Mist, Mist. Ich habe nur einen Kill mit wie vielen Bombern geschafft? Ist ja richtig krank. Okay, hier noch einen Kill. Die standen nämlich so halb außerhalb. Alter, man hat echt keine Präzision mit... Kann ich den Messer... Nice. Ich habe schon länger nicht mehr irgendjemand gemessert. Und noch die Drohne. Ja, da hebt er direkt den Raketenwerfer auf, Alter. Raketenwerfer von dem Dude, der mich da töten wollte. Jetzt messert er mich. Okay. Er hat, glaube ich, genug davon. Er hat genug. Er denkt sich nur noch so, okay. Kamikaze ist besser als dir die ganze Zeit zu sterben. Stirb, du mit deiner Shotgun, Alter. XRP-Master. Und der ist wieder fröhlich am Messern. Der denkt sich jetzt so, oh geil, warum Messer... Ich habe mich davor nicht gemessert, Alter. Das ist doch das beste Leben. Komm, wir müssen die Runde gewinnen. Noch einen Kill. Wow. 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 Okay. Leute, der in der Mitte... Leute, ich denke mich, wo mir jetzt Star Wars... Alles klar. Gut, jetzt hat man es nicht so gut gesehen, aber der in der Mitte war ich. Ich bin erster Platz geworden mit 33 zu 6. Leute, ich hoffe, ihr mal, das wird euch gefallen. Die Challenge ist auf jeden Fall geschafft. Also schreibt gerne neue Challenges in die Kommentare. Lasst eine Bewertung da. Ein Abo wäre auch nice. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.